Hallo und willkommen zurück bei Kirby Triple Deluxe. Und zwar machen wir heute in diesem Part nur den Bosskampf und nichts anderes. Denn die Parts letztes Mal waren schon etwas schwieriger und ja, schauen wir einfach mal was es da gibt. Oh, bösartige Musik. Wir werden versorgt. Hm, ich bin schwer für den Speer. Was kann das wohl werden? Oh, King Dedede. Wir müssen ihn retten. Erst so ähnliche Musik und jetzt so lalala Musik? Nee, oder? Nee, oder? BAM BAM. Ähm. BAM BAM. BAM BAM. Nein. Ach, ich hab echt zu viel Smash gespielt. Ich will die ganze Zeit irgendwie... ...versuche ich auszuweichen. Aber irgendwie klappt das nicht so, wie ich es gerne hätte. Oh wei. Oh wei. Zack. Na komm schon. Ab dafür. Fahrpacks. Explodiere. Ähm. Ähm. Okay. Ähm. Was geht jetzt ab? Na klar. Na klar. Warum auch nicht. Ja. Was ist das nicht so? Ja. Ja. Das kann man ja wohl schon sehen, dass das... ne Atrappe war. Zack. kriegst du den Speer in den Popo gejagt oh nein wow und zack zack Schwerwurf Kirby ok das ist einfach zu durchschauen der der am dicksten ge- what der der am dicksten gezeichnet ist stepp 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 Wack Wackadudel jetzt machen wir so platt, komm wie ein Spaziarter haben wir den Speer in den Kopf gejagt das ist Kobi Kobi Hype ab dafür ja und die Ranke sie wächst und wächst und wächst die Traumwanke ist gewachsen, du kannst nun welches 3 erkunden aber das werden wir dann erst im nächsten Part, wenn es heißt Erkundungsjagd über Land und über Berg bis dahin, euer Nero ja Bis zum nächsten Mal.